Hallo und willkommen endlich mal zu einem Video wieder auf diesem Kanal und ja, wir haben ein neues Mod-Projekt jetzt am Laufen und zwar Adventures in... Hier auch im Creative. Lass mich mal... Hallo Chat. Lass mich nochmal ausgehen. Und zwar Adventures in Minecraft. Worum geht es in diesem Mod-Pack? Nun ja, es geht darum, Bosse zu besiegen und wo verdammt ist das Interface hin? Es geht darum, Bosse zu besiegen und diese Bosse sind hier alle aufgelistet, bis wir ganz am Ende zum Wizard-Storm kommen. Was am Ende unsere ganze Welt zerstören wird, aber das soll uns ja erstmal egal sein. Genau. Unsere Mission lautet jetzt erstmal Diamant-Rüstung finden, um damit zum Warden zu kommen. Vom Warden gehen wir dann zu einem Boss namens Cornelius, von dem geht es zu einem Angel. Von dort aus kann man drei verschiedene Bosse machen und wenn man die gemacht hat, kann man ins Nether. Von dort geht es weiter zum Nether-Redmonstros und geht es zu Ignis, dann zum Stronghold. Dann gehen wir ins End. Ich habe in einem Halbwert überlebt, ja. Von dem End gehen wir zum Ender-Dragon, töten den. Davon kriegen wir den Void-Wurm, den Void-Wurm töten wir dann auch, weil wir den getötet haben. Gehen wir zum Ender-Guardian und dann geht es zum Wizard-Storm. Also ihr seht, wir haben eine lange Reise vor uns und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht so lange. Cornelight! Let's go. Okay, ich nehme mir ein Haus. Unser erstes Ziel ist jetzt natürlich erstmal Dias zu finden. Oh, das Dorf hat zwei Kirchen. Ja. Und wir haben natürlich auch die Come-To-Live-Mod drin, das heißt wir können Relationships aufbauen. Ich meine auch nicht. Oh nein. So, wir haben hier auf jeden Fall schon mal zwei Dias. Ich bin aber bei der zweiten Kirche. Ich habe auch schon zwei Dias von 24. Ja, wir brauchen nur noch ein bisschen was. Wie soll ich jetzt mein Haus... Ah, ich kann mein... Oh, was ist da mit denn da? Ah, blutest du. Du kannst ja andere Seite haben. Äh, nee, nee. Nö. Gut. Dann wird das erstmal mein Haus. Ähm, genau. Wieso wollte ich jetzt... Junge. Bei Diamanten. Oh, ich wollte... Ey, das ist doch meine. Ey, das ist mein Dias. Gib mein Dias. Der hat geschrien, Alter. Oh Gott. Gib mein Dias. Ey. Ist nicht deiner, das gehört dem Dorf. Hallo, kleiner Waschbär. Ich würde sagen, wenn er mich jetzt tötet, wäre ein bisschen lustig gewesen. Guck mal, ob wir mit Shader ein bisschen spielen können. Ich habe ein String von der Katze gedroppt bekommen. Oh, hast du dich am Leben gelassen? Dann kann sie dir ja noch mehr Sachen geben. Diamonds. Dann gucken, ob ich skilled genug bin. Ich tausche ein Diamant gegen einen Streck Redstone. Ich habe leider keinen Streck Redstone. Bisschen mehr Iron. Können... Können schon auf jeden Fall wäre schon eine Iron-Rüstung machen. Du hast doch... Es war ein Enderman. Ah. Was? Das sah nicht aus wie ein Enderman. Was damit. Ähm... Hier sind... Hier sind... Hier sind irgendwelche Zombies. Das sind lila angehaut. Oh, Kolos. Obwohl, wieso findet ihr immer lila in Zombies? Aber ich nicht. Ey, Space. Guck mal. Nach oben. Hä? Hat diese Kristalle gespawnt. Wartet kurz. Nee. Das lustige, wir müssen uns dann gleich straight runterpudeln, ne? Bis wir zu Angel City kommen, ist ein bisschen tief. Pass auf, dass nicht diese Federmaus-Menschen. Kann ich auch mit Taf was machen? Stehen mit anweilig. Skelette! Eine Frau wird sterben. Ja, ich kann's auch mit Taf machen. Mit Flieger! Mit Fledercraft? Ich glaub, meine Frau stirbt bei diesem Adventure. Ja. Naja. Ich werde am besten jetzt schon mal weg auf einer Welt. Deine Freundin, äh, deine Tochter. Pass auf, da oben sägt ne Helikoptervieh. Redgamer? Darf ich dich heiraten? Nein. Hier sägt ne Helikoptervieh, pass auf. Ich kenn mich besser aus mit der Mod als du. Wir müssen uns jetzt hier einmal runterbuddeln. 200 Blöcke. 200 Blöcke runter? Los, ja. Bring ich an. Oh! Oh, es liegen. Wir sind da. Halt, literally. Ich geh nach unten. Alter. Schau dir das Ding an. Wo war das? Wo war das? War das hier? Boah. Ey, irgendjemand röstet den Skythings aus. Ja, ich. Ey, ich komm dann gleich nach, ne? Oh nein. Ja. Hier juckt uns gar nicht. Mit dem wollen wir jetzt wecken oder so. Okay, jetzt müssen wir noch mal weg raus. Ich geh mal auf diese Türme dritt mal ein bisschen. Äh, der der als erstes schürbt wird Cäsar sein. Na, wetten? Wo sind die seien, diese Türme? Jooo, wie geil das aussieht beim entstandenen Apparatus. Wollen wir den Warden auslösen? Jooo. Ja, es hat passiert auf wen. Auf dich. Ach, hi. Und? Lock ihn runter. Wo ist Redgamer? Ich lock ihn hier. Oh, meine Rüstungsrichter. Oh, meine Rüstungsrichter. Hier. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Lauf. 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 Der Bienen fliegt nicht so viel. Wieso kannst du Echo nicht benutzen? Well, du musst mir helfen. Was macht mehr Schaden? Echo oder? Weiß ich nicht. Ich kann Echo nicht benutzen. Bei 17%. Ich muss mal eben kurz aus dem Kampf fliehen. Meine Arme ausgaben. Fuck. Aber bleib auf. Mach das. Machen wir das so weiter. Oh, scheiße. Zweiter Warden. Wir müssen nur einen töten. Achtung, Sonic. Okay. Er bleibt einfach stehen. Der ist... Der ist low. Er ist auf mich getargetet. Ich hab ihn. Ah, wir haben's. Okay, jetzt müssen wir irgendwie hier raus. Ja. Einfach raus, oder? So. Warden. Harzcontainer. Nice. Jeder von euch müsste Harzcontainer einsammeln können. Ich hab den Wastung des Horn. Stimmt. Wir können jetzt nur Tiere einsam machen, ne? Ja, wir können nur Tiere einsam gelüben machen. Yo, die Amosphäre hier. Warte, Gamer. Der Server, der kann sich bitte aufhören und wieder zurückkommen. Ja, komm du mal hierher. Warte, in die Mitte zum Spawnen, glaube ich. Ach, echt? Alter, dieser komische Kreis. Warte. Nee. Komische Kreis ist es nicht. Es gibt mehrere komische Kreise hier. Ah, ja. Space muss im Wasser sein, dafür. Hier, Space, probier mal hier. Äh, habt ihr was zu essen? Ja, ein bisschen. Äh, 20 Brot. Aber das ist auch nichts. Für mich reicht's. Ich hab das... Also, das ist echt was. Ich hab jetzt halt... Space, komm mal hier rüber. Äh. Äh. Oh, er ist da. Er ist hier. Oh, Gott im Himmel. Oh, Gott im Himmel. Oh, Gott. Bei uns. Ja, wo? Meine Rüstung ist... Bei uns, Cäsar. Wir waren die ganze Zeit hier. Wir sind weggerannt. Ich war gerade eben noch am Ding. Nein, ich war gerade einfach nur hier neben. Links hinten. Oh, lalalalala. Wir sind einfach mit dir, nicht? Und ist der Anglerfisch ein Plan von der ganzen Sache? Nein, eigentlich nicht. Oh, Junge. Ich bin fast tot. Er muss brennen. Ich hab... Aber doch kein Feuer. Hier. Oh, fuck. Meine Rüttung ist das leer. Ist das nicht auch ein bisschen... Okay? Oh, Gott. Nein. Scheiße. Scheiße. Weil die Anglerfische sind wieder die neuen Rapper. Habt ihr schon gehört? Da unten liegt irgendwas. Ich will das haben. Das will jeder haben. Diese Anglerfischen sind auch so riesig. Der hat mich getargetet. Ich brauch mal eben... Ah, fuck. Ich muss mal hier weg. Scheiße, Scheiße. Oh, fuck. Er hat mich getargetet. Wieso hab ich keinen Healing-Zauber, Alter? Ich hab keinen Healing-Zauber. Kacke. Du brauchst ja erst ein Tier 2. Du brauchst ja erst ein Tier 2. Ja, ne gleich. Komm schon. Jetzt nicht aufgeben. Jetzt nicht aufgeben. Jetzt nicht aufgeben. Alle mal laufen. Alle mal laufen. Oh, Gott. Oh, Gott. Komm schon. Komm schon. Wir müssen jetzt alle gleichzeitig auf den Rauch. Ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Egal. Du kannst ja auch in so einer Helligkeit reinmachen. Und den Helm kann man nicht verändern, das Visier? Doch. Das Visier. Mit V. Mit V. Mit V könnt ihr wechseln. Da kannst du nur ein Lightvision noch machen. Vielleicht kann auch noch ein paar andere. Müsst ihr in den Controls. Da kann man für jeden das Körperteil was ändern. Ey, Red Gamer. Du kannst deine Rüstung auch so aussehen lassen. Chest-Mode mit G. Oh Gott. Füße mit B. Chest-Mode mit... Chest-Mode mit... Ich komme, glaube ich, nicht so hoch wie du. Oder? Ach, wir kommen gleich hoch. Du kannst ja einfach nur zwei Spasten rumhüpfen. Wir gucken, wo wir spawnen. Warte, du fliegst. Ah, ne, ist nicht. Ah, wir haben die perfekte Spawn-Position. Ähm. Der Server lag gerade, glaube ich. Ja, weil ich in einer anderen Dimension bin. Also kontrollieren wir es hier rüber. Ja, sofort. Oh, ich hab den woher stehen. Ah. Ne, wieso ist das nicht? Ey, das ist ja Minecraft Dungeons. Das ist nicht Minecraft Dungeons. Das ist Minecraft Dungeons Netherite Upgrade DLC. Ja, easy. Hä? Ja, weil ihr die Rüstung macht. Na, der macht voll Schaden. Ey, ihr solltet ihn vom Feuerbeck holen, ne? Ansonsten verbrennen seine Mob-Items. Okay, dann müssen wir kurz ihn warten, dass er rauskommt. Dann müssen wir erstmal die ganze Lava hier wegfragen. Ja, ich kann eh nicht. Ich bin voll. Wer hat's? Ja, okay. Red Gamer hat den Hammer. Red Gamer hat den Hammer. Schmier das. Kann ich kurz? Ah, das ist ja irgendwo in Lava reingedroppt. Kannst du eben raus holen. Ich glaub ich hab's schon. Äh, und die Ambosen können wir mitnehmen. Ähm, ja. Teser? Kannst du auch nochmal mitnehmen? Netherite Scrap? Ja, wo? 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 Der Helm ist hakell hässlich. Ich seh nicht mal was. Red Gamer, ich seh nicht mehr. Never had better X. Space Laser. Spaced mit seinem Laser Blaster. Ich glaub hier ist auch, wie er draußen so riesengurzt lang fliegen. wie war es eigentlich damals in den Klonkriegen? war besser als hier so, THC, du hast die Ehre nein, aber deine Meinung hallo äh soll ich noch der sticht einen gerne mal auf, wir müssen da aufpassen wer macht ihn ja viel zu schnell down das macht ihm gar keinen Spaß äh, ich benutze doch nur diese OP, äh, Nevers Sachen, Nevers am oben ja, lass ihn doch mal angreifen lass ihn doch mal sein Anglossmuster zeigen ja, wie sagt sie Spels Spels, lassen wir ihn, lassen wir unsere Rüstung Mist, er ist nicht angreifbar oh, ist gerade jemand gebraucht Leute, stopp, stopp wir wollten sehen, wie der kämpft wir wollten sehen, wie der kämpft oh, ihr kniet, Junge, Ingrid Toll hab ich noch mal noch mal, mach noch mal, THC nein, auch nein, auch Fick, Digga darf ich ihn jetzt töten? jetzt, so los ja, hat er dich schon einmal aufgespießt, das sieht lustig aus ja, spät warten der muss sich aufschließen dann müsst ihr für eine andere Rüstung auf klämt eure Rüstung bitte? ja, was hat gerade jetzt aufgeräumt wenn wir dann Bits im Backpack geben ich habe echt Probleme mit einem vollen Inventar kannst du auch einfach klappen Backpack ist ja einfach zu klappen Mann, ich hab mir seit zwei Minuten rum der macht es weil du deine Rüstung an hast ja, ich hab kein Platz im Inventar zu leben ich hab seine Rüstung ja nicht abgeschickt ich hab kein Platz im Inventar also, der musste überhaupt sein dann ist Muster, aber die Junge Alter, schießt der mit ich schießt der mit nein, ihr schießt nicht klein ey, kann doch mal aufhören die ganze Arena zu verfehlen ich falle in Lava die ganze Zeit ist nicht witzig ich darf den jetzt mit meiner Hand an der tut uns hier anfallen der hat mir so viel Schaden gegeben ich hab 10% von jedem Rüstung gefällt ich bin gleich wanted, ich sag's dir ist das ein Bogen oder jetzt ein Schwert? ah! das hat 11,5 Leben gemacht ähm, so, ich im Meeting ey hör doch mal auf ja oh, geil ähm ja, ich würd irgendwie Spiel 3 zweimal Wels, kannst du mir bei Gelegenheit auch so'n Charge-Pad bauen? ja, kann ich machen ich auch drauf ah, ja ok, Leute, dann lascht mal auf ja ja, was? äh, lädt sich das jetzt, oder wie? ich will auch mal eben meinen Kronos-Sperz und meinen Bogen ah, ja das dauert ja lang so, ich brauch das ich brauch das also, die Regeln im Dungeon sind einfach kein abbauen kein Abbau, wirklich? äh, äh kannst du sowieso nicht sicher? ich kann alles ja, können wir nicht, weil das kann man erst sobald man ins Zentrum dieses Dingens gelandet ist mein also, wenn man den Dungeon Red Gamer Red Gamer mein Abbauzauber der kann Reinforced Deep Slate abbauen hm Teta, wir müssen zuerst auf uns die drunter verteilen da ist nichts im Baum da ist auch nichts oder müssen wir uns wir müssen einen weiteren Hebel für der unten die Passage öffnet dass wir in den Dungeon rein können mhm, hm ich finde nichts mit Graben Graben tut auch nichts oh, Elytra mit Manning und Unbreaking geil und sechs, neun Blöcke auf von Smaragden paar Schulka und noch zwei Conduits wo findest du die Kisten findest du die Kisten? ja ich habe gerade ein Rätsel gemacht yo hey, da ist nichts drinne was für Red Gamer ich habe einen gelben Kiel irgendjemand müsste den blauen haben AC Seite ja ok, wir können uns jetzt aussuchen boh, wir links wacht immer die Lichter an hier, wir können aussuchen wenn ihr gelbe Türen findet wenn ihr gelbe Türen findet wenn ihr gelbe Türen findet können wir die benutzen hier ist ne gelbe Tür ja, ich mach auf ich habe Biefensacken warte mal wir müssen hier Licht anmachen sonst ja, ja hier sind überall Redstone Lampen kannst du überall Licht anmachen oh, hier ist ein Safe Room sind die Redstone Lampen nur fürs Licht? ja oh, hier kann man brauen kann ich bitte Essen bekommen? ja, kann ich hier ist noch ne gelbe Tür Red Gamer Cesar, komm her Cesar, wo bist du? ich habe schon einen gehabt und ich habe den abgegeben ach so, ich glaube ich habe da schon die nächste Ebene geöffnet sogar ach, roter? ja ich habe einen Steve Kopf und zwei Uncharted OP Golden Apples ja, das habe ich auch schon das ist jetzt nichts besonderes warte mal, wo bist denn du? Loll was sind die denn für Alter, haben die hier? seid ihr noch ne Etage weiter runter gegangen? ne, jetzt erzähl ich hier helfen wir mal Alter, warum sind die so fett? wir haben Egg Blacks hier ja ja, wo seid ihr? helft mir mal eben ich bin am Ende wait, hier ist hier ist ein großer hier sind zwei Squids gespawnt in diese ein Bastel mit auf zu süßes Whids gespawnt alter nerf mich was für wen wir müssen auf die Kasse erstmal kommen wir tun wieder Kasse und hier ist der Levitation Postle alter kann es sein der hey wir pressen das was ist wie konntest du das Glas breken, Space? lol, ist hier ein Notblockding drunter? ja Space wie kannst du das Glas breken? ich hab keinen Effekt mehr ich hab den Effekt noch, was soll das denn? da da bist du oh, oh, ich flute das ein bisschen ups, oh oh, hoi ähm ich bin hier hinter dir perfekt ja ok, ihr könnt jetzt einfach runterschwimmen das ist auch geil mitten im Brunnen das Wasser geht direkt um holy shit hier ist ein bisschen viel los oh, 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 oh ich falle aus der welt jetzt schon drin ja wir machen wir machen jetzt den ender dragon ich komme was ja danke aber wir kriegen ein bisschen unterstützung durch die quest wir unterstützen wir durch die quest kriegen jetzt besiegt ihr halt schon erst schon den drachen ich habe nämlich irgendwo habe ich eine man kann die kristallin nicht damit wenn man sich mit ballen holen alter das ist mein schwert merke ich mir dass sie einfach vom einfallen Mensch, komm mal runter! Geil! Okay, die Zitadelle ist 1400 Blöcke weg. Kann du mich nicht? Hör auf mich mit komischen Kugeln abzuwerfen, du... Junge... Ist ja... Alter! Drift dann vor der Heads. Oh, hier fliegt der Kopf rum. Jungen, jetzt helfen auch noch die Indermänner hier. Junge, Jungs, ist gut, ist, ist ja gut, meine Fresse! Jetzt habe ich nämlich einen Bogen. Ich muss doch eh noch auf den Block klicken, ah, der ist keine Rüstung mehr. Gut, ich glaub, ja. Was droppt der? Ich hab den Dings nicht bekommen. Was hat er gedroppt? Den Erfolg. Geil, Gauntload of Guardian. Kann ich haben kurz? Nein. Ah, wir können die Heizquantität benutzen, geil. Ja, ich weiß. So, ein bisschen Creative Flight gönnt man sich mal. Alter, die Flügel bewegen sich ja nicht mal. Ja, das ist halt... Doch, bei mir bewegen die sich. Ein was? Ich hab dir ein... Äh, wie heißt da... Äh, ich hab dir ein... Äh, ich hab dir ein, äh... Warte, kann ich vom Marn-Pack-Upbau mit meinem Abbau-Zauber? Kann ich vom Marn-Pack-Upbau mit meinem Abbau-Zauber? Ohohohohoho ... Hey, hey. Hui. Ah, schade geht auch nicht. Wie viel Schaden hat das gemacht? Gar keins. Ja. Welchen Backpack hab ich dir reingetan? Space, lass, 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 lass das doch da, lass das... mein gott ich bin ziemlich schnell aktuell und ich bin schon zu weit Caesar, wo willst du? Caesar, guck mal, ich kann fliegen. Hier ist er. Space. Ich platziere. Ich bin hier oben bei dem. Ich bin hier oben. Es laggt. Jungen hat ja wohl... Oh, ne, jetzt ist er laggt. Schnell, greift ihn an. Nein, ihr müsst ihn nicht angreifen. 5 Stunden, aber egal. Ey, ihr sollt ihn jetzt nicht töten, ne? Er hat Space getargetet. Wenn ihr ihn jetzt töten, kriegt ihr den Erfolg. Ne, also bringt das nichts. Außerdem kriegt ihr die Items dann nicht. Spaced erhöhen. Oh ja, okay, ne. Er evolutioniert sich doch etwas schneller als ich dachte. Hilfe! Du musst ihm sein Gesicht schlagen. Versuch ich ja! Space. Kann mir bitte wer helfen? Oh, 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 oh. Es ist noch keine Hilfe! Wie es auf einmal so plopp gemacht hat. Wir müssen jetzt warten, bis er Phase 5 ist. Bis er so ein riesiges Gehirn hat. Und dann spawnt er nämlich auch ein Monster. Könntest du mir bitte machen, dass wir ein bisschen was an... Was ist denn da eigentlich los? Äh, du musst ihn ins Auge schießen. Du kriegst erst mal... Ne, du kriegst erst mal ein Buch. Ach man, der Penner hat mich wieder getargetet. Ich kann... Mein Magiestuff, das brauch ich nicht mehr. Obwohl, ich glaub wir sollten mal den Witherstorm hier locken. Ich mach mir mal ne Magiespitz... Äh, ne... Ne Soitspitze... Es lag, die kann man nix nicht öffnen. Aber du bist halt wirklich von hier. Nein. Ich mach mir mal ne Magiespitz... Stias hab ich genug. Da mach ich mir mal eben ne Dingspitzhacke. Und kann mir dadurch dann... Getherite Command Block X 13 Kann man ja mal gucken, wie man die Familie bomb craftet? Gut. Spiridorf. Was kann man mit diesen Dingern machen? Ist ganz normaler Tag. Weil mir hört da draußen nur einen Stuhm aufziehen. Also 12... 6... 12... Megumin mach dich schon mal für den Kampf bereit. Ich mach mich auch bereit, indem ich meine Sachen enchante. Sie wird zwar sterben, aber... In nem Kampf? In nem Unfairen Kampf? Kann ich sie heiraten? Nein. Hey! Du kannst damit für immer fliegen. Lol. Äh... Der hat sich echt nicht viel bewegt. Ne, sie ist nicht mehr. Also nicht in diesem Bett. Ja, wie wir alle hierher gehen. Bitte nicht in mein Bett. Ne. Ich will noch jemanden heiraten. Megumin rennen. Megumin rennen. Er hat sein fettes Hirn. Oh Gott. Ja, wir müssen den 4-Midi-Bomb craften. Aber erst müssen wir diesen Typen, den er spawnt würden. Irgendwie so Zymbiunt. Ähm... Mein Haus. Redgamer? Ich glaub dein Haus wird als erstes geputtert. Ja, soll er. Ey, sanft mich da nicht. Er ist halt wirklich da. Megumin rennen. Ich renne dir nicht mit. What the fuck is... Wir müssen jetzt einen... äh... Gigantischen... Winterstorm besiegen. Unser Haus wurde noch nicht geputtert. Redgamer. Mal sehen. In meinem Haus wird wahrscheinlich schnell geputtert, oder? Raus! Ähm... Ich hab immer noch den Nisan-Refekt. In your face, Alter. Ich hab immer noch den Nisan-Refekt Hilfe. Nein, meine Frau! Hey, der Beacon. Nein! Er hat die Beacon gefuttert. Oh, jetzt futtert er den ganzen... ... Teil des Beacons. Oh, jetzt futtert er den ganzen... ... Teil des Beacons. Mein... Mein Haus brennt! Scheiße! Der will wirklich los, lass ihn! Dankeschön. Haben wir den Symbionten? Ah ja. Geh, wo ist er? Wenn er den Symbionten hat, dürfte er keinen attackieren. Wo ist er? Wo ist der Symbiont? Ach, der ist unten... Der ist unten in der Dingens. Ah ja, ich seh ihn. Alter, der... Ich kann ja nicht titten. Der kannst du auch nicht. Der geht erst, wenn er sich abgeschalten hat. Der tippt dann so einen Riss, wo wir angreifen können. Hallo? Ja, kam's gut. Ah, er zieht mich an. Ich glaub, ich bin ein bisschen zu stark, oder? Ja. Mit meinem Schwert. Oh Gott. Au. Cool. Wollte ich mein Haus eigentlich entspannt geklappt? Ne, aber meine Bräume. Oh, das ist ja direkt getötet. Ja, ich hab so ein Schadnesschwert mit 32... ...damage, glaub ich. Da ist ein Loch... ...und da sind alle sicher im Dach. Mein Haus ist noch Bombe, doch nicht? F-Bombe. 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 Ja, Mann. Ich muss ihn auch irgendwie auf mich targeten. Alter, vergottener Furnace mit. Nein. Ja, ich geh schon mal. Das war's mit dem Dorf. Adieu. Er hat den Strahl... Er hat den Strahl... ...weggelenkt. Ey, einer von euch lenkt die da oben ab. Ja, ich bin wohl da oben eingezogen. Nimm's hoch. Ja, stell die... Ihr müsst uns alle hierhin stellen. Ihr müsst das Ding hier hochnehmen. Hat jemand Federn? Eine Feder. Ja, C, komm hier hoch. Alle hierhin. Er muss das Ding hier nehmen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich glaube... Ja. Mehr Gummi, geht's dir. Jetzt kommt hier hoch. Der hat die Zeug gefuttert. Der deutsche Magier. Nee, ich glaub das wird nix. Mensch. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Das Ding geht hoch. Das Ding geht hoch. Wir müssen hier weg. Das Ding geht hoch. Ja. Das Dorf ist weg. Das Dorf ist weg. Das Dorf ist verloren. Ich muss noch gehofft, dass Megumi überleben würde. Oh, wir haben ihn aber. Wir haben ihn trotzdem. Geil. Ich weg immer noch. Uh, Flashbang. Ich glaub, mein Haus wird nicht getroffen. Diese mediefe Musik kommt jetzt. Drückt mal auf. Megumi ist tot. Ja. Ich musste gerade live miterleben, wie Megumi gestorben ist. Mein Haus. Mein Haus ist tot. Mein Haus. Er sagte, oh, that hurts. Mein Haus ist auch weg. Ey. Die Musik, Alter. Mein Haus ist weg. Ja. Und mein Haus erst. Oh, der hat sich gesplittet. Er hat sich gerade erst gesplittet. Hey, der ist ja komplett hohl von innen. Ja. Genauso wie du. Pff. Space. Warum sagst du einfach die Sachen, die ich sagen wollte? Darf ich den Commander finden? Er drückt ihn rein. Und da ist er wieder. Liebe Mutter Maria. Nein. Wir müssen jetzt warten, bis alle drei Köpfe haben und bis er ein Loch in sich drin hat. Nee, ganz klar. Ja. Na doch. Deins lebt noch zu halb. Aber hat halt... Meins ist das von unseren Gehäuser sogar hatten, dass er meist noch da ist. Ja. Der Rest ist alles weg. Ja. Bestimmt. Und Deins ist am meisten. Ich stecke den Ding da rein. Los. Was lädt? Rein da. Bei ihm oder wie? Bei... In seinem Kopf. Denkt ihr... Ich bin den Teil von meinem Haus? Ey Leute, guck mal nach oben. Bleib mal hier. Echt? Guck mal. Okay, ich bin drin. Cesar, guck mal nach oben. Kann man auch durch hier oben wieder rausnehmen? Oh. Hi. Wie geht's denn dir, Buddy? Sag mal. Hm. Hm. Nee. Mein. Ja. Wie brengst du das? Das ist eine Drecke oder so? Ja, das sind Dinge. Mein Haus ist weg. Guck mal hier. Soll ich schlagen? Hm? Peter, wo bist du? Soll ich... Oh, lag. 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 Also bei mir nicht. Chim, jetzt kommt erst die Waster-Monster-Monster. Leute, lass erst die Monster töten. Die Köpfe kommen hier, du. Oh, Junge, lag die Köpfe. Hilfe, brechen wir für Server. Äh, ich bringe die Köpfe Platz. Hey, ich wollte. Hey, mach F1, dann seht ihr alles. Haha. Das stimmt eigentlich nicht. Nein, mach nicht F1. Das ist... Dings weg. Oh Gott, er zerfällt. Haben wir ihn besiegt? Hey, er fällt in das Loch ein. Hey, gleich in den Lückenfüller. Wisst ihr? Reaper machen immer so'n... Hey lol, du lap it. Hä? Und er ist dead. Wo ist der... Dings? Wir treffen uns bei meinem Haus. Das ist eine gute Frage. Wer hat den Stern bekommen? Ich nicht. Ich auch nicht. Cäsar? Mhm. Hast du den Stern? Mhm. Irgendeiner muss einen Stern bekommen haben. Nö. So, jetzt können wir hier... Claimen. Ja, ich war grad Level 69. Ey, Leute. Creative Fluid Storage, das hab ich. Ey, Leute. Leute. Kommt mal zum Waystone. So, meine lieben Zuschauer. Wir haben gesehen, was diese Bosse alles anrichten können. Leider wurde unser Dorf getötet, Megumin auch. Das ist nun mal tragisch. Aber... Naja. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.